Heiße Pfohlen im Borussia-Park, unsere geballte Power an Redaktionen, Insidern und Experten haben sich die mal genauer angeschaut und am Ende warten auch, wie gehabt, unsere Kick-Bass-Picks auf euch. Ihr kennt mich, ich bin Kessem, euer Liga-Insider und heute verrate ich euch, mit wie viel Pferdestärke Gladbach in die neue Saison peitscht. Let's go! Ihr Lieben, wir stecken komplettes Herzblut in diese Team-Checks, deswegen lasst gerne ein Like und ein Abo da, dann können wir den Channel noch geiler ausbauen und damit gehen wir jetzt rein in den Teil 1, Rückblick. Oh, für Gladbach war das keine gute Saison, Platz 14 und schaut euch mal die Gegentor-Anzahl an und das wird auch gleich mein erster Stad sein. Vorher schiebe ich noch ein Interview rein von Roland Wirkus, der hat nämlich im Trainingslager am Tegernsee gesagt, verteidigen, das ist ein ausgemachtes Problem aktuell und da möchte man die beste Struktur und auch die beste Kombination finden im Trainingslager. Also das Problem ist auf jeden Fall erkannt und wir bringen es jetzt hier nochmal an in Stad 1, also hinten hat es richtig geknallt, 67 Dinger kassiert, das waren die drittmeisten Gegentore der Bundesliga letzte Saison, das ist ein fürchterlicher Wert, das ist super schlimm, denn hinten hat man generell super viel zugelassen, zweitmeisten Torschüsse, die meisten Fernschüsse und auch noch die drittmeisten Schnittstellenpässe, also hinten war ganz, ganz offen alles. Und wie kam das, das erzähle ich euch auch kurz, Manndeckung im Mittelfeld und hier war das Problem, wenn man dann den Zweikampf verlor, dann kam der Gegner quasi durch. Und da der Kettenabstand zwischen Abwehr und Mittelfeld auch sehr groß war, hatte der Gegenspieler Zeit, sich da das beste Rezept auszumalen, wie er dann jetzt zum Torerfolg kommt. Und ein Mittel war natürlich, er geht wohin? Exakt, ins letzte Drittel, das war auch eine Problemzone von Gladbach, 38 Eintritte pro 90 Minuten ins letzte Drittel, das waren ligaweit die meisten. Wir haben es eben aufgemalt mit dem Mittelfeld-Duell und dann ging es halt rein ins letzte Drittel. Und was war dann hier das Problem für Gladbach? Man war im Zugzwang, man hatte Druck und was passiert dann? Man begeht Fehler. Und hier hat zum Beispiel Manu Coné auch oft gefehlt, der hat ja nur 18 Startelf-Einsätze. Er war so der Qualitätsstaubsauger und hier geriet man oft ins Hintertreffen, gerade wenn er nicht mit dabei war. 14 Fehler, die zu Gegentoren führten, das waren auch die drittmeisten. Ich kram jetzt aber noch ein, passt auch gut mit Kramer, ich kram noch einen kurzen positiven Stat auf jeden Fall raus. Und das war ein klares Mittel. Der lange Ball, gespielt von Gladbach, auch ohne optimalen Zielspieler, auch das klappte dann schon gut. Und hier mal vorgegriffen, Kleindienst ist natürlich ein idealer Kaderanalysenspieler, den wir auch gleich rausholen. Wo man wirklich zur Spitze gehörte, das waren die Standards. Und gerade über Honorar, neun Tore, hat man hier ligaweit einen super Wert gelandet, den besten. Und man kann wirklich auf gut Deutsch sagen, die Standards haben letzte Saison Gladbach den Arsch gerettet, auf gut Deutsch. Und punktuell wurde sich hier auch gut verstärkt und das schauen wir uns mal an im Teil 2 Kaderanalyse. Da sind wir, hallo aus der Kaderanalyse. Und ich fange mal so an, der Borussia-Weg, das ist der, junge Spieler holen, also auch was hier in die Kaderanalyse auf jeden Fall passt, und zu etablierten Bulli-Spielern ausbilden. Das ist häufig auch schon so passiert, das schauen wir uns nämlich jetzt hier im Verlaufe an. Aber was gerade passiert in Gladbach, der Talentschuppen ist voll. Dazu kommen wir auch gleich. Und was haben sie jetzt gemacht? Sie haben eine andere Idee, sie haben es quasi andersherum gemacht. Dadurch, dass sie schon so viele junge Spieler haben, haben sie jetzt etablierte Spieler geholt, um quasi die Mannschaft zu stabilisieren. Hier kommen richtige Persönlichkeiten, absolute Leistungsträger ihrer Klubs. Und die schauen wir uns mal an. Hier hat sich nämlich direkt mal zwei Offensivspieler Gladbach ins Haus geholt. Und das sind absolute Leistungsträger gewesen. Da waren auch viele Bundesliga-Klubs dran. Und wir fangen mal an mit Tim Kleinins, das ist ihr neuer Zielspieler. Der kam für sieben Millionen von Heidenheim und er bringt ganz viel mit. Er hat die Torgefahr, er hat die Physis mit dem Kopfball und zwischenmenschlich, ist mir auch aufgefallen, hat eine sehr gute zwischenmenschliche Komponente, die er mitbringt. Also passt sich super an, kommt direkt easy ins Team. Da gibt es auch bei Gladbach eine coole YouTube-Reihe, schaut da mal rein. Und da hat er zum Beispiel auch mit einem Vlog quasi den Weg ins Trainingslager mal aus seiner Sicht mit aufgenommen. Und du siehst einfach auch im Zusammenspiel mit den Mitspielern, das passt richtig gut. Und das könnte auch ein wichtiger Faktor werden für ihn, um dann auch nochmal einen richtigen zweiten Durchbruch quasi zu landen. Dann haben wir Stöger. Er war der wichtigste Mann in Bochum. Er kommt ablösefrei, also ideal gemacht hier von Gladbach. Und ich stelle ihn hier mal ins Rampenlicht. Er war letzte Saison Mr. Halbfeldflanke, hatten wir auch schon in der Bochum-Analyse, schaut da mal rein. Er ist ein neues, belebendes Element für Gladbach, denn die Halbfeldflanke, da waren wir nur Platz 15. Und er wird das Offensivspiel in dem Bereich auf jeden Fall vorne antreiben. Er hatte die zweitmeisten Torvorlagen. Torschussvorlagen war Gladbach generell nicht super stark. Da waren sie so im Mittelfeld. Auch das wird er auf jeden Fall nach oben entwickeln. Und auch die Kombi-Standards, ist ja auch eine Torschussvorlage, gerade mit dem Super-Kombo mit Kleindienst. Auch das wird super klappen. Da gehe ich ganz fest von aus, haben wir schon gesehen, gegen Ipswich U23, Ipswich Town. Da war schon Lehrbuch Freischussflanke, Stöger und dann Kopfballtor, Kleindienst. Das werden wir, denke ich, ganz oft diese Saison sehen. Das könnte eine richtige Waffe werden. Dann hat er noch die Balleroberung, die bringt er auch noch mit. Gerade da war Gladbach anfällig, habe ich ja beschrieben im Rückblick, gerade in diesen Mittelfeldduellen. Und da bringt er auch eine richtig, richtig starke Werte mit. Da könnte er mal dem einen oder anderen Spieler den Ball abluchsen und daraus dann eine Offensivaktion kreieren. Und eine Sache noch, deswegen habe ich auch natürlich hier mein Cowboy-Jersey an. Er musste singen als neuer Spieler, hat sich entschieden für Country Roads. Und das passt ja auch so ein bisschen Western, so ein bisschen Cowboy-Style. Und da Gladbach natürlich immer die Pfohlen auch genannt wird. Deswegen Pferdestall. Und die Pferde haben wir natürlich auch im Western gesehen. Von daher, vielleicht trägt er schon diese Pfohlen-DNA in sich. Dann haben wir noch einen dritten Mann. Und das ist der Gamechanger aus Kiel. Hatten wir auch schon in der Kiel-Analyse. Auch da gerne reingucken. Eine Million. Ausstiegsklausel gezogen. Philipp Sander. Und er ist ein ganz, er ist ein Schnapper gewesen. Er ist ein ganz starker Spieler. Bringt gute Zweikämpfe mit. Hat einen guten Schuss. Und auch da die Standardstärke, also über Standardschützen, können sie sich aktuell nicht beklagen. Er ist richtig gut. Er bringt ganz viel mit. Auch gerade jetzt macht er auch nochmal Druck auf die etablierten Spieler. Vielleicht aus der letzten Saison gerade ein Rocco Reitz, der sich festgespielt hat. Da übt er auf jeden Fall Druck aus. Dazu dann auch gleich später mehr in der Top-11. Und wer geht? Ja, Stamm-IV Maxi Wöber, Leihende. Er geht zurück auf die Insel zu Leeds United. Ebenfalls geht zurück Jordan, der war geliehen. Geht zurück an die alte Försterei. Und wir hatten den Borussia-Weg. Er kam mit 19 in den Borussia-Park. Ablösesumme damals 7 Millionen. An Toulouse hat man gezahlt. Und er steht jetzt beim Marktwert von 20 Millionen. Fabrizio Romano hat schon berichtet. Da sind schon einige dran. Unter anderem AC Milan hat ihn auf der Shortlist. Manu Coney könnte gehen, will den Verein auch verlassen. Da kursieren auch ordentliche Preisschilder. Also hier könnte nochmal richtig die Kasse klingeln in Gladbach. Er steht auch gerade im Olympia U23 Schaufenster mit Frankreich. Ja, das pusht natürlich nochmal schön seinen Marktwert. Und da geht es jetzt um Gold gegen Spanien. Bin ich ganz gespannt, ob sie es machen. Und einen potenziellen Nachfolger haben sie auch schon gesichtet. Das ist Khalil Fayad. Das berichtet die Le Keep. Da hat sich Gladbach auf jeden Fall mal nach ihm erkundigt. Und Maxi Würbe haben wir genannt. Der reißt natürlich eine ordentliche Lücke. Elvedi ist auch noch nicht safe. Ob der bleibt, da steht es gerade auch 50-50. Hier war Bernardo im Gespräch. Der ist wohl vom Tisch. Der geht wohl zu Union mit Jordan an die alte Försterei. Und deswegen ist hier nochmal der Spot offen. Hier könnte noch für Maxi Würbe auf jeden Fall jemand kommen. Und eventuell, wenn Elvedi kommt, könnte auch noch jemand. Und zweites kommt die Außenverteidiger-Position. Die ist auch nicht, sag ich mal, top-notch besetzt. Also auch hier Skelly-Leiner auf rechts. Und auf links haben wir Luca Netz und Ulrich. Ja, hier könnte auch nochmal ein Außenverteidiger kommen, der dann das Niveau noch ein bisschen anhebt. Ich fasse es nochmal so kurz zusammen. Also Mittelfeld und Angriff hat man sich top verstärkt. Gerade über Kleindienst und Stöger absolute Stammkräfte geholt. Und hinten Abwehr. Da sieht es qualitativ und quantitativ nicht so super rosig aus. Hier sollte man sich auf jeden Fall noch verstärken. Und damit gehen wir mal weiter in den Talentschuppen. Ja, Talentschuppen hatten wir schon so ein bisschen angekostet. Ähnlich wie in Mainz. Hier passiert richtig viel. Wir haben Chiarodia, der ist 19. Der ist der linke IV. Und der könnte auch zu mehreren Einsätzen kommen. Hat jetzt auch schon in der Vorbereitung einige Minuten abgerissen. Mit ihm ist auf jeden Fall zu rechnen. Er ist ganz nah dran an der Startelf. Erster beziehungsweise zweiter Backup. Je nachdem, wer noch kommt. Also Zeoan ist generell auch ein Fan von ihm. Und daher gehen wir davon aus, dass der gar nicht so weit weg ist von der Startelf. Ja, und Ranos, der sorgt auch für Furore. Er hat jetzt in drei Testspielen drei Tore geschossen. Also da zeigt er auf jeden Fall seine Qualitäten. Ist flexibel einsetzbar. Sowohl rechtsaußen als auch linksaußen. Kann aber auch den Mittelstürmer abgeben. Also hier ein super Profil. Und hinterlässt einen Top-Eindruck. Würde ich auch nachher nochmal nennen bei den Gewinnern der Vorbereitung. Und generell ist hier Gladbach super, super aufgestellt im Talentschuppen. Ich nenne mal ein paar. Rocco Reitz im Tegernsee ging es auch baden. Also der Boy war auf jeden Fall im Gym. Sehr, sehr stark. Dann haben wir Ulrich und Netz 19 und 21. Oskar Fraulo ist 20. Das ist Däne und kein Finne. Wir haben Fukuda 20. Skelly 21. Reitz haben wir genannt. Borges Sanchez ebenfalls 20. Also hier sind schon ganz viele Spieler, die auch schon ganz viel Bundesliga-Niveau und schon zu echten etablierten Spielern gereift sind. Die haben wir hier schon versteckt. Und wer dafür verantwortlich ist, für die Integration und Entwicklung dieser Spieler, das ist nur einer, Seohane und sonst keiner. Teil 3. Trainer und Vorbereitung. Und da sind wir mit Gerardo Seohane und wir erleben Gladbach als reine Konter- und Umschaltmannschaft. Also mit dem Ballbesitz möchte man gar nicht so viel zu tun haben. Letzte Saison auch nur 47 Prozent da und generell auch hohe Abstände zwischen den Ketten. Das hatten wir auch genannt im Rückblick, gerade was Mittelfeld und Abwehr angeht. Offensiv arbeitet man mit ballorientierten Dreiecken. Das ist ein ausgemachtes Mittel, gerade dass man dem Ballführenden 2 bzw. 3 im besten Falle Anspielstationen zusichert. Und viel geht so über Einzelaktionen. Ich habe mir nochmal das Spiel angeschaut. Gladbach gegen Hoffenheim und da nochmal Robin Hack auch zu nennen, der da 3 super Einzelaktionen macht. Also Tor 1 indiziert er quasi selber, holt sich da den Ball. Auch da ein Umschaltmoment, den er gut kreiert und dann Doppelpass mit quasi Plea und der dann durchläuft. Tor 2 schleicht er sich perfekt weg und zieht dann den Kopfball rein und Tor 3 ist er halt ein Schlitzohr. Quasi aus der Eckeninstanz haut er das Ding einfach komplett direkt einfach in die Maschen. Also da sehen wir schon so dieses, es war viel über Einzelaktionen und deswegen, das stand da eher im Fokus. Und dann eine spannende Sache, die wir beobachtet haben und zwar ab der Rückrunde. Da hat Seohane, ist er weggegangen von der Dreierkette und hat verstärkt auf Viererkette, auf eine Viererkette und auf eine Grundordnung, Grundstabilität dort gesetzt und dann wurde es auch besser. Dann hat man nämlich die Abläufe auch besser in den Griff bekommen und die gegnerischen Angriffe besser abgefangen. Das war dann oft ein 4-3-3, aber auch ein 4-5-1 gegen Augsburg habe ich da im Sinn. Sogar in der Bayer-Arena auch mal auf Fünferkette gegangen, 5-4-1, also Betonmauer, Gladbach, die lief auch. Aber primär war es die Viererkette, das zeige ich euch nachher auch in der Top-11. Und ein kurzer Testspieleinblick auch noch, bringe ich euch mit. Wir haben Plea, der konnte die Abwesenheit von Hack, auf den wir auch gleich noch kommen, konnte er gut nutzen für sich, ist plötzlich auch wieder eine ganz heiße Aktie und könnte auch in die Startelf rutschen, gerade jetzt im DFB-Pokalspiel oder dann auch in der Liga. Chiarodia wird auch ganz heiß gerade, denn er ist gerade der einzige IV mit Linksfuß. Deswegen habe ich da nochmal ein geiles Zitat mitgebracht von Sioane. Er sagt, er hat den Vorteil, dass er dadurch im Spielaufbau eine prädestinierte Rolle haben kann. Also da spricht er auch schon mal viel für Chiarodia. Und dann natürlich Ranos, den haben wir genannt mit seinen drei Testspieltoren. Ja, sorgt da einfach für einen richtig heißen Faktor und könnte einer der ersten Joker werden, gerade in der Offensive für Gladbach. Und dann haben wir Hack. Durch seine Verletzung hat er jetzt die ganze Vorbereitung verpasst, kehrte jetzt aber gestern schon wieder ins Team-Training zurück. Er muss sich jetzt ranhalten, um auch dann in die Startelf schnell zu schlüpfen. Wir sehen ihn aber aktuell auch noch in der Top-11 aufgrund seiner starken letzten Saison. Dann haben wir Schwanzsara. Ja, der ist ja auch, der vom Format ist das ja ein Superstürmer. Gerade jetzt aber durch den Kleindienstkauf hat er erstmal Joker-Aussichten. Von daher sieht es da nicht so gut aus. Für ihn und auch Neuhaus. Bei ihm zeigt sich auch gerade, dass der Trainer nicht wirklich auf ihn setzt. Andere ZMs haben da gerade die Nase vor. Und er müsste wohl wechseln, um dann wieder richtiger Stammspieler zu werden. Und damit gehen wir mal rein in die Top-11. Wir sind in der Top-11 und in puncto Formation läuft alles auf das 4-2-3-1 hinaus. Vierer-Kette wird auf jeden Fall safe sein. Man wird dann sehen, ob ein Sechser oder zwei. Ja, darum geht es jetzt eigentlich noch. Stand jetzt wurde jetzt aber das 4-2-3-1 oft gespielt. Und von daher gehen wir jetzt mal von zwei eher defensiven Spielern im Mittelfeld aus. Ja, und je nach Gegner könnte man auch nochmal dann auf Dreierkette gehen. Und dann mit zwei Schienenspielern. So hat man es letzte Saison ja auch gespielt. Aber das dann eher je nach Gegner abhängig. Ja, und wir gehen mal rein mit Jonas Omlin. Nikolas hat letzte Saison sehr viel gespielt. Den habe ich jetzt hier aber gar nicht im erweiterten Kader drin. Wir gehen mal davon aus, dass Omlin ein Gesetz ist. Der war letzte Saison ja aufgrund seiner Verletzung raus. Deswegen, er ist auf jeden Fall da. Ich habe ihn auch eingepackt als Season-Pick. Jetzt habe ich das Spiel gesehen gegen Ipswich. Was machst du da, Jonas? Da kommt der Vogelwild raus. Absoluter Torwartfehler. Und die Dinger kann er sich natürlich nicht erlauben. Ich bin jetzt nämlich auch am überlegen, ob ich den wieder verkaufe. Let's see. Top-11 haben wir ihn auf jeden Fall drin. Aber so eine Ausflüge, das darf er sich, glaube ich, nicht ein-, zweimal erlauben. Sonst ist der Stammplatz auch wieder schnell futsch. Abwehr. Zweikampf hier. Rechter Verteidiger. Skelly gegen Leiner. 50-50 sehen wir das. Testspiel werden auch beide ausprobiert. In der letzten gegen Straßburg. Da war Skelly auf jeden Fall gestartet. Über rechts. Können uns Leiner da auch vorstellen. Leiner auch super gerade für die Integration von Stöger. Da haben sie im Fohlen-Duell auch gut gewerbelt. Da saßen sie in einem Team im Auto. Und IV ist Itakura wohl gesetzt. Sehen wir 90 Prozent. Nebenmannstand jetzt ist Elvedi. Haben wir schon genannt. 50 Prozent nicht sicher, ob er geht. Hier könnte noch jemand kommen mit einem starken Linksfuß. Das ist auf jeden Fall auch möglich. Oder es kommt ein Zweiter, wenn man dann noch ein paar Millionen einnimmt für Elvedi. Auch das ist eine offene Personalie. Wir haben Chiarodia auch genannt. Den möchte ich hier highlighten. Er wäre auch ein Mann, wenn Elvedi geht und da kein Hochkaräter ihn ersetzt. Dann könnte Chiarodia auch starten. Sehen wir aktuell 30, 40 Prozent. Wir sehen ihn sehr nah dran an der Top-Elf. Aber wir müssen abwarten, was jetzt noch passiert. Dann haben wir auf LV Luca Netz. 70 Prozent. Ja, er hat keine wirklich große Konkurrenz. Wir haben Ulrich auf jeden Fall genannt. Möglichkeit aber auch, dass wir Skelly einmal rüberziehen auf die linke Seite. Das hat er letzte Saison auch schon gespielt. Und dann wäre Leiner auf rechter Verteidiger. So haben sie es jetzt aber nicht in der Vorbereitung gespielt. Deswegen nennen wir das mal als Alternative. Gehen aber eher von Skelly rechts aus und dann links mit Luca Netz. Und Mittelfeldstand jetzt ist Weigel auf der 6 gesetzt. Er wäre auch ein guter Anwärter auf den Kapitäns-Spot. Er trug auf jeden Fall im Test jetzt auch schon die Kapitänsbinde. Und er hat auch den Elfmeter geschossen gegen Ipswich Town U23. Und er sagt selber, wir wollen ein anderes Gesicht zeigen. Und er ist auf jeden Fall einer, der vorangeht. Dann haben wir eine zweite Sechs. Das könnte Rocco Reitz sein. Da haben wir 60 Prozent gerade vorne. Oder Neuzugang Philipp Sander. Hier kristallisiert sich gerade heraus, dass Rocco Reitz wohl die Nase vorne hat. Im offensiven Mittelfeld dann über rechts haben wir Honorar. Er ist gesetzt. Und Stöger ist auch 100 Prozent safe in der Mitte. Und über links, ja, das ist noch offen. Wir haben gerade in den Vorbereitungsspielen herausgearbeitet, dass Huck ja die ganze Vorbereitung schon verpasst hat. Kehrt jetzt zurück. Wir sehen aktuell Plea dort auf links. Für die ersten Spiele könnte er gut reinrutschen. Und dann Huck ist auf jeden Fall, ja, über seine Leistungen aus der Vorsaison zu nennen. Er könnte, er macht, es ist ein offener Zweikampf gerade. Wir sehen aber Huck in der Top 11 und zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund des Vorsprungsplayer vorne. Auch Ranos wäre hier eine Option. Gerade über den starken Testspieleindruck wäre er auch ein Mann für die linke Seite. Und Sturmzentrum, ja, kein Dienst, kein Mann führt gerade an ihm vorbei. Tim Kleindienst ist gesetzt im Sturm. Sein Backup ist wohl Schwanchara. Wir kommen zu den Standards. Und, ja, Stöger wird das Gros der Standards übernehmen. Dann haben wir, danach kommt Honorar. Er macht auf jeden Fall auch Druck. Die üben auch schon die ersten kleinen Trickspielchen, die ersten Kombos da ein. Ich habe schon gesehen, Ecke Stöger und dann so auf den hinteren Strafraumkantenrand. Da lauerte dann Honorar mit Direktabnahme. Also auch schon so ein paar Trickspielzüge werden da schon einstudiert. Ganz spannend. Und Elfmeter, ja, gegen Ipswich Town ist Weigel angetreten. Hat den Treffer da versenkt. Deswegen Julian Weigel vom Elfmeterpunkt. Teil 5. Auftaktprogramm. Ja, das Auftaktprogramm, das ist richtig knackig. Also das ist eine harte Prüfung für Sioane. Das ist ein bisschen wie in der Uni-Ersitzer. Und die vier Prüfer stehen da quasi um ihn rum und gucken sich das alles ganz genau an. Es geht los mit dem Eröffnungsspiel. Zu Hause gegen Bayer Leverkusen, den Meister. Ja, die kennt Sioane natürlich. Hat er trainiert. Ganz spannend auch das Spiel aus der letzten Saison in der Bayer Arena. Da haben sie ihn ja 0-0 abgeluchst mit einer Fünferkette. Können wir schon vorstellen, dass Schlitz oder Sioane da irgendwas auspackt, womit Leverkusen nicht rechnet. Ich glaube aber, dass Leverkusen es knapp zieht. Also 0 Punkte. Dann gehst du nach Bochum. Wenn du strong bist, ziehst du das. Dann bist du bei drei Punkten. Dann zu Hause gegen Stuttgart ein echter Heimspiel. Klopper. Ich mache hier mal den Hero Call. Ich sage Sieg gegen Stuttgart. Sechs Punkte dann. Frankfurt viel Spaß mit Eki-Tike. Da sage ich 0 Punkte. Und gegen Union könnte ich mir sogar einen Kantersieg vorstellen. Dann bist du mit neun Punkten. Gehst mit richtig Hubraum in die Saison. Und wir gehen jetzt mit Hubraum in Teil 6. Fazit und Prognose. Starten mit den Mutmachern. Und Mut habe ich anhand der Neuzugänge. Also Kleidins, Stöger und Sander alle genannt. Und hier steigt die Qualität auf jeden Fall in der Offensive. Die Defensive sollte man nicht vernachlässigen. Gerade wenn LWD geht, sollte man hier noch nachlegen. Sioane ist schlau, passt Spielform an. Also gerade die Dreierkette auf Viererkette verschoben. Das war ein gelungener Schachzug. Und dadurch haben sie mehr Stabilität auf dem Flügel. Und dann haben wir noch die Standardstärke. Habe ich hier anzubringen. Heutzutage einfach ein wichtiges Gut. Und die hat man jetzt nochmal ausgebaut. Gerade über Stöger Kleindienst. Die Kombi. Problemzone. Da haben wir auch drei ausgemacht. Ist noch unklar. Dieses Kreieren von Chancen aus dem Spiel heraus. Da braucht man klare Pass- und Laufwege. Und da hoffe ich mal, dass die noch installiert werden. Gerade auch mit den neuen Spielern. Da müssen wir mal schauen, wie hier die Jungs sich alle vernetzen. Und wie dann der Gameplan des Spiels aussieht. Man steht viel zu tief. Gleichzeitig kommt man auch nicht schnell genug in die Zweikämpfe. Das hatten wir auch. Diesen Abstand zwischen den Ketten. Ja, das ist die Todeskombi. Und so lässt du einfach viel zu viel zu. Da muss man auch sehen, wie Sioane das jetzt verhindern möchte. Dann haben wir auch noch Anspruch und Wirklichkeit. Gerade im Umfeld. Das klafft ja auseinander. Und da muss man jetzt sehen, dass man realistisch bleibt. Und eventuell, man hat auch sehr viel Druck, dass man gut mit dem Druck umgeht, um sich dann ja eine einstellige Platzierung zu sichern. Was ja auch als Saisonziel ausgegeben wurde. Und damit kommen wir mal zum Club-Rating. Top 11, dreieinhalb Sterne. Sehe ich gut. Hinten für IV, Wöber. Müsste man nochmal upgraden. Aber Außenverteidiger sind auch nicht top. Aber ansonsten finde ich es richtig gut. Trainer gebe ich drei Sterne. Der hat reagiert mit der Viererkette. Finde ich gut. Ballbesitz ist halt nicht deren Spielstil. Aber ich bin gespannt, welche Überraschung Sioane für uns diese Saison auspackt. Kader gebe ich auch dreieinhalb Sterne. Finde ich insgesamt auch gut. Gerade die Breite in der Defensive müsste man vielleicht nochmal ausbauen. Aber du hast mit Philipp Sander auch immer noch einen super Mann geholt dazu im Mittelfeld. Mittelfeldbreite gefällt mir da eigentlich ganz gut. Und auch die Außenspieler haben auch hier Haag, Plea. Dann hast du jetzt einen Ranus, der sich reinspielt. Auch ganz viele Talente, die da kommen. Also das finde ich schon echt cool. Und für einen gebe ich mal eine Drei. Drei Sterne. Die sind auch euphorisiert gerade, obwohl sie eigentlich jetzt gerade nicht eine gute Saison gespielt haben. Aber aufgrund der Neuzugänge ist da gerade Euphorie. Erlebe ich auch so im Trainingssager gerade mit den Leuten, die da auch mitgefahren sind. Und dann habe ich als Ziel herausgegeben, einstiegiger Tabellenplatz von Gladbach. Und ich sage, die machen das. Gladbach geht auf Platz 8. Mein Unterschiedsspieler von Gladbach, das ist Tim Kleindienst. Und normal starte ich immer mit so Fakten oder mit so Stats rein. Da will ich heute weggehen von. Und zwar, ich habe mir die Videoreihe angeschaut. Er ist ein super Typ. Also er passt zwischenmenschlich super rein. Auch gerade hat er ja die Kamera da auch mal übernommen. Und du siehst einfach dieses Zwischenspiel da mit den Jungs. Zimmerbuddy auch von Sander. Das war auch ganz cool. Und auch mit Rocco Reitz immer mal abgeklatscht. Das sind dann so Momente oder auch so Verbindungen, die entstehen außerhalb des Platzes. Und die können sich aber dann auch schnell auf dem Platz widerspiegeln. Und wenn du da eine gute Chemie hast, dann überträgt sich das auch super auf dein Spiel. Auch gut, dass er aus der Süßigkeitenabteilung noch schnell gegangen ist. Das ist dann natürlich auch gut für die Figur. Er ist der neue Zielspieler in Gladbach. Auch das ist super. Sie haben die langen Bälle immer probiert. Und jetzt haben sie mit der Installation, auch gerade mit Stöger, haben sie da einen guten Spieler, der ihn auch sehr bedienen kann. Und Kleindienst haben wir schon in Heidenheim gesehen. Hat natürlich seine Robustheit. Er ist ein Bulle. Er macht dann da auch super viele Räume. Und kann auch gut mal einen Schuss ablegen. Auch da hat er auch den ein oder anderen Assists gezaubert in Heidenheim. Und dann habe ich noch seine Physis. 1,94 groß. Seine Körpergröße und 85 Kilo. Also auch ein echter Fels. Und ja, der wird einfach viel möglich machen. Gerade mit seiner Kopfballhoheit. Aber auch so, dass er dann auch mal den ein oder anderen Ball ablegt. Und den Mitspieler dann besser macht in der Box. Und für alle Kick-Bass-Zocker unter euch, schaut wirklich mal rein. In den Shownotes haben wir auch hier unsere Kick-Bass-Tipps. Das ist für euch aus der Redaktion. Und natürlich ein Community-Pick. Wave the Breaker hat dann noch mal gestern einen richtigen rausgeschöllert. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. Geben wir uns immer mega viel Mühe auch. Deswegen schenkt da auch ein bisschen Liebe. Klickt die mal rein und lest die mal durch. Richtig, richtig gute Picks heute wieder dabei. Ihr Lieben, ich sehe ordentlich Pferdestärke im Borussia-Park. Ich sehe, dass die nach vorne galoppieren werden. Hinten Pferdestall. Da muss noch mal das ein oder andere Pony reingeholt werden. Vielleicht ist es Kiaro dir. Aber da muss vielleicht noch was gemacht werden. Ich verweise gerne auf unsere Team-Checks. Da könnt ihr immer gerne reinschauen. Wir hatten die bulligen Kanten aus Augsburg. Die blende ich euch hier mal ein. Und dann noch unsere Freunde aus Mainz. Die haben wir hier. Und dann, genau, schaut da mal rein. Auch da coole Picks, coole Analysen. Und ich wünsche dir jetzt erst mal ein Happy Day. Und sag, Tschüss.